Es geht ja an sich um Politik, aber es geht am Ende doch sehr um Klimapolitik. Und sein Fazit ist, die FDP hat den richtigen Weg und er ist jetzt quasi Pressesprecher der FDP-Klimapolitik. Es ist politisch ohne politisch sein zu wollen und die spielen halt tatsächlich mit Dingen, die man sehr, sehr leicht falsch verstehen kann, beziehungsweise vielleicht auch von einigen gewollt ist, dass man das falsch versteht. Und vor allem, dass bei einer Zielgruppe, die selbst noch nicht genau weiß, was sie vom Leben zu erwarten hat oder was sie im Leben überhaupt erwarten will. Ja, bei euch an der Uni ist ja nicht irgendwie Heiko Maas oder AKK einmal im Jahr und will irgendwie einen Vortrag halten. Nee. Du neidischer Schwanz, du neidischer Schwanz, ja, alles drauf, du neidischer Schwanz. Herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge des bunten Blogcasts. Mein Name ist Felix. Und mir, wie immer, nach langer Zeit mal wieder zugeschaltet ist Jason. Guten Morgen. Das bin ich. Wunderschön. Guten Morgen. Hat wirklich lange gedauert. Ja. Wir hatten jetzt schon lange keine Folge mehr miteinander aufgenommen. Es hat lange nicht geklappt und man sieht dir den Zustand an, dass es lange nicht geklappt hat. Du siehst völlig fertig aus. Und das hat überhaupt nichts mit etwaigen Halloween-Partys bei dir zu tun. Es ist seit zwölf Stunden November. Wir haben viertel nach zwölf am Freitagmittag. Sondern es liegt einzig und allein daran, dass wir uns so lange nicht gehört haben. Richtig? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich selbstverständlich war ich gestern nicht feiern oder hatte einen Auftritt und bin erst um halb fünf nach Hause gekommen. Absolut nicht. Das hat damit nichts zu tun. Es ist, weil ich die so vermisst habe. Genau. Und was ja viele nicht wissen, wir sind die einzigen beiden in dieser großen Medienwelt und im Bereich der öffentlichen Personen des Lebens, die noch an Unis auftreten dürfen. Wir sind die beiden einzigen, die noch an Unis gehen können, ohne dass gegen uns demonstriert wird. Genau. Richtig. Machen wir auch regelmäßig. Genau. Das wäre nämlich ein guter Übergang zu einem Thema, was wir heute nämlich, wo wir gerne sprechen möchten. Aber zuerst möchte ich über die letzte Folge, in der ja alle HörerInnen mich bestimmt vermisst haben, weil ich nicht aufgetaucht bin. Ja, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Oh nein, ohne Felix, das geht doch gar nicht. Das geht gar nicht. Und den Felix zurück. Was ist los mit euch? Habt ihr euch getrennt? Und solche Sachen musste ich beantworten. Ich finde, ihr habt es mit Inhalt ganz gut weggemacht. Du und Burak und ich habe mir die Folge angehört, zweimal tatsächlich, heute Morgen nochmal, beziehungsweise gerade eben nochmal, damit ich wieder alles auf dem Schirm hatte. Und das, glaube ich, muss ja nicht alles nochmal wiederholen, aber das, was man so herausheben kann, ist, dass der ja auch gesagt hat, oder euer Fazit auch war, dass es in all diesen identitätspolitischen, gesellschaftspolitischen Themen irgendwie so eine breite Mitte, Mehrheit gibt, die nicht gehört wird und nicht laut genug ist. Das ist so die gleiche Thematik, eine der wesentlichen Erkenntnisse, die ich ja in meinem auch noch parallelen Podcast-Projekt, in der ich einen Dokumentationsreise mit einem Kumpel durch Sachsen und Brandenburg gemacht habe. Hashtag Werbung. Genau, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hatten. Irgendwie ist das, ist es da, war das auch eben ein wesentliches Fazit, ne, dass irgendwie halt nicht alle so eine große Klappe haben, wie wir und einen Podcast daraus machen. Leute, macht mehr. Ja, macht noch mehr Content im Internet, dass es noch alles unübersichtlicher wird. Macht noch mehr Podcasts, es gibt einfach viel zu wenig. Ja, ich, also, ich habe schon verstanden, was er meint und ich glaube, ich gebe ihm da auch schon recht. Ich sehe das auch so, dass die Mitte oft, also ich habe das Gefühl, dass die Mitte oft so ein bisschen resigniert, dass die selbst nicht so genau weiß, wo sie hin will, was sie denn will oder auch die Schnauze voll hat von was zu sagen oder Angst hat, was Falsches zu sagen vielleicht auch. Und es deshalb ganz oft einfach die Ränder sind, die am lautesten sind, ne, links und rechts. Ja, sieht man ja gerade auch an Thüringen, da wollen wir heute auch mal zukommen, da gibt es ja auch einiges zu besprechen. Hm, aber kurz noch zu der, zu der Folge mit Burak, was war sonst so deine, also, ihr habt ja auch so ein bisschen, da bist du besser im Thema, über Deutsch-Web und so geredet, gab es da irgendwas, was du, wo du mit ihm anderer Meinung warst oder wo du jetzt eine andere Meinung zu hast? Also, was war der, irgendwie der wesentliche, dein wesentliches Fazit sonst noch von der Folge? Also, das, zu, zu Deutsch-Web als erstes, da bin ich mit ihm absolut einer Meinung, also deshalb hatte ich ja auch die Folge vorher dieses Kollegathema gemacht, weil mir das schon am Herzen liegt. Immer noch der beste Podcast-Einstieg der Podcast-Geschichte ist, ich weiß nicht, wie oft du mir das noch angehört hast, überragend. Danke für die Blumen. Ja. Ja, also ich hab das, das hab auch gemacht, weil das ein Thema ist, was mir im Herzen liegt, weil ich halt auch Rap-Fan bin und ich halt, das so nicht, also ich weiß nicht, so früher Hip-Hop war immer so ein bisschen, dass das von, von unten kommend und gegen das Establishment und schon auch so ein bisschen, sag ich auch mal, linke Themen. Und jetzt geht halt wirklich nur noch um Player-Themen, Money und Bitches, ist halt wirklich auch alles, also es ist politisch, ohne politisch sein zu wollen und die spielen halt tatsächlich mit Dingen, die man sehr, sehr leicht falsch verstehen kann, beziehungsweise vielleicht auch von einigen gewollt ist, dass man das falsch versteht. Und vor allem, dass bei einer Zielgruppe, die selbst noch nicht genau weiß, was sie vom Leben zu erwarten hat oder was sie im Leben überhaupt erwarten will und das finde ich einfach, ist ein Thema wert, also da muss man tatsächlich drüber reden. Und deshalb war ich, war ich froh, dass er das da eigentlich genauso sieht und hab ihm dann seine Meinung sagen lassen und hab mich übrigens auch gefreut. Ich hatte ja dann in der Insta-Story den Ben Salomo, den wir ja besprochen haben, also es ist dieser jüdische Rapper, der auch angefeindet wurde deshalb. Seine Musik hatte ich in der Insta-Story verlinkt und er hat, also er hat sich nicht gemeldet, aber er hat das auch geliked und das war für mich schon so eine Bestätigung, so ein bisschen, dass er das, dass das in Ordnung ist, dass ich das in dem Kontext verwendet hatte und das fand ich auch ganz, ganz nett. Ja, also und sonst war, was war dein Fazit sozusagen von der, von der Folge insgesamt? Super, ey, ich war, war so froh mit Burak zu reden, das hat richtig Spaß gemacht, der ist auch ein mega sympathischer Typ, wir hatten ja vorher dann noch ein bisschen, also uns eingetalkt und danach auch noch ein, noch ein kleines bisschen miteinander geredet und das ist ein super sympathischer Typ, sehr, sehr offener Mensch und auch sehr reflektiert vor allem und es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit ihm darüber zu reden und ich finde auch, dass ich da auch einiges davon gelernt hatte, gerade von den verschiedenen Kulturen her. Mir war es halt auch wichtig, dass, dass ich damit nicht mit irgendeinem, ich sag mal, alten weißen Mann drüber rede, sondern mit Burak. Mit einem jungen weißen Mann. Mit einem jungen weißen Mann, genau. Genau, ja, gerade bei dem Thema Gäste, wir hatten ja die große Folge mit Malte und haben ja auch mehrfach angekündigt, durch die Folge mit Philipp Möller und dann war ich, Philipp Möller hat sein neues Buch, Philipp, wenn du uns hörst. Hi, Philipp. Genau, ich habe, ich war letzte Woche in Hannover bei der Fast-Premiere, also er hatte Buch-Premiere in Berlin am Dienstag und dann am Mittwoch Buch-Premiere in Hannover in einer kleinen Buchhandlung, also echt nicht viele Leute und hat zweieinhalb, und er hat gesagt, ja, er redet so eineinhalb Stunden über das Buch und dann kann man darüber diskutieren und so. Dann wollte ich hinterher halt mit ihm sprechen wegen Podcast und so, war ja da auch in Kontakt und dann hat er zweieinhalb Stunden geredet und dann musste ich weg, um den letzten Zug nach Braunschweig zurückzukriegen und konnte nicht mehr mit ihm sprechen. Das hat er mit Absicht gemacht, er hat dich gesehen und dachte so, scheiße, der schon wieder. Nee, er hat mich zwischenzeitlich gesehen und kurz hatten wir so quasi per Augenkontakt gegrüßt. Der hat ein sehr, also das, ich weiß nicht, du hast es dir gekauft schon, das Buch? Nee, ich habe mir das Buch noch nicht gekauft, ich habe auch noch nicht, ich weiß nicht, ob es schon als Audiodatei gibt, ich weiß nicht, ich habe auch noch nicht reingehört. Also ich habe es ja nur den Buchtrailer gesehen, den er aufgenommen hatte, den wir auch quasi auf unserer Seite verlinkt hatten. Also das vorweggenommene Fazit ist, er, also es ist sehr, es geht ja an sich um Politik, aber es geht am Ende doch sehr um Klimapolitik und sein Fazit ist, die FDP hat den richtigen Weg und er ist jetzt quasi Pressesprecher der FDP-Klimapolitik. Okay, das tut irgendwo ganz tief da drin weh. Ja, und das war ein sehr überraschendes Fazit und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das verarbeitet kriege und ob da auch nur im Kern irgendwie was dran sein könnte. Naja, auf jeden Fall ist das, wird sehr, sehr, sehr spannend, sicher mit ihm auch eine Folge aufzunehmen, sodass wir uns weiter steigern hier in den Gästen, die wir euch präsentieren. Und das nehmen wir weiter in Angriff und ich hoffe, dass es in den nächsten Monaten was wird. Ja, aber pass auf, dazu noch kurz. Auf der einen Seite finde ich das ja sau spannend, beziehungsweise auch echt cool, dass er dann, also so, mein Philipp Möller ist ja auch jemand, wenn der eine Meinung hat, dann verteidigt der seine Meinung auch und seine Meinung ist auch immer fundiert. Und ich finde das auf der einen Seite gut, wie er das macht, aber ich habe es noch nicht geblickt, was er damit meint. Also ich habe auch, ich finde auch diesen neoliberalistischen Anschlag da dran an der Klimapolitik eigentlich kontraproduktiv. Deshalb bin ich da, ja, ich weiß da nicht so genau, was ich zu Philipp Möller sagen soll, beziehungsweise bin dann echt gespannt, wie das Gespräch verläuft. Ja, er begründet das ja auch darauf, mit Evidenz basiert und so, dass Dramatisierung halt nicht hilft, was ja erstmal nicht falsch ist. Da hat er ja recht, da hat er ja recht. Was mit Fridays for Future und Greta und so passiert, ist ja dann schon auch irgendwo dann Dramatisierung. Naja, da könnten man jetzt eine ganz lange Folge zu machen, wollen wir nicht, sondern bewahren wir uns auf. Lass uns mal zu Konkreten kommen. Ich habe es am, ich habe es kurz versucht, damit einzusteigen, mit an Unis sprechen. Das heißt, du willst mir über Bernd Lucke reden? Hast du das richtig verstanden? Ja, vielleicht auch den, es gibt ja nicht nur den, ne? Demis, er darfst ja auch nicht reden, Sarah Wagenknecht durfte reden. Du darfst bei dir an der Uni auch noch reden, ich bei mir auch. Habt ihr irgendwie, ich meine bei dir, Esserbrücken Uni ist ja auch jetzt nicht die kleinste. Gut, was ist denn, für Saarland ist alles groß. Da habt ihr auch schon mal gegen GastrednerInnen demonstriert oder will da sowieso keiner reden? Also wir haben selten politische Gastredner tatsächlich. Aber ich habe da auch noch nicht wirklich nachgefragt, ob die jetzt reden dürfen oder nicht. Also ich habe es selten mitbekommen tatsächlich. Ja, bei euch an der Uni ist da nicht irgendwie Heiko Maas oder AKK einmal im Jahr und will irgendwie einen Vortrag halten? Nee, also ich kann dir da auch nicht wirklich eine fundierte Antwort geben, um ehrlich zu sein. Aber nee, ich habe es mal noch nicht mitbekommen. AKK zum Beispiel, muss man auch sowieso sagen, in der Zeit, wo sie Ministerpräsidentin hier im Saarland war, war sie sowieso bei den Studenten sehr, sehr unbeliebt. Weil die AStA sie auch so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht hat, dass die Uni, also dass die Studenten so viel bezahlen müssen für gewisse Sachen. Also dass es für die Studenten immer teurer wird, so in die Richtung. Also dass alles so ein bisschen auf die Uni ausgeschlachtet wurde, halt alles so ein bisschen auf das, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Uni in Saarbrücken, das Aushängeschild ist halt der IT-Bereich. Und da wird halt unfassbar viel Geld reingepumpt und du siehst halt tatsächlich, wo das Geld an der Uni ist. Und andere, ich sage mal unwichtigere Sachen, wo halt nicht so viel Geld drin liegt, wie jetzt die Geisteswissenschaften beispielsweise, die gammeln halt vor sich hin, die Seele. Und das ist halt echt, also wenn der Herr Scheer, der hat viele Gebäude dort, die mit KI zu tun haben, wenn der kommt und sagt, ich brauche ein neues Gebäude, dann steht das dann innerhalb von ein paar Monaten. Und wenn die Geisteswissenschaften kommen und sagen, bei uns kommt der Schimmel aus den Wänden, dann interessiert die das nicht, weißt du? Ist etwa AKK in ihrer Heimat gar nicht so beliebt wie im Bund? Bam, bam, bam. Dabei ist die doch sonst gerade so beliebt. Naja, okay. Ja gut, also wir haben natürlich hier Leute, bei der CDU ist die sau beliebt im Saarland. Naja, das muss man sagen. Bei den Konservativen ist die auch im Saarland sehr, sehr beliebt. Da kenne ich so einige speziell, auch unser jetziger Ministerpräsident Tobias Hans, der hält zumindest in meiner Öffentlichkeit sehr, sehr viel auf AKK. Ja, aber so im Großen und Ganzen ist, glaube ich, bei der Bevölkerung hier in diesem Bundesland das nicht anders als irgendwo anders in Deutschland. Also würden sich die Geisteswissenschaftsstudierenden protestieren gegen einen Gastvertrag von Frau Kramp-Karrenbauer? Ja, nicht nur die. Ich glaube, generell würde das nicht so auf positive Resonanz treffen, sage ich mal. Außer natürlich bei den konservativen Jura- und BWL-Studenten. Ja, aber ernsthaft, was meinst du zu dem Stichwort Lucke, zu den Protesten? Boah, ist schwierig. Also ich kann das, ich glaube, ich hätte auch die Fresse aufgemacht. Ich glaube, mir wäre es auch auf den Geist gegangen, wenn er da nochmal dozieren wollte. Obwohl er ja eigentlich für den, ich meine, er wurde ja rausgeworfen von der AfD, bevor sie so, ich meine, die waren immer schon sehr, sehr konservativ. Die waren ja anfangs, als er die gegründet hat, eine Anti-Euro-Partei. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war das ja damals so, dass er dann quasi angefangen hat gegen Bernd Höcke, äh, Björn Höcke. Gegen Björn Höcke wollte er ein Verfahren, quasi ein innerparteiliches Verfahren angehen, weil er sich, man will es nicht glauben, aber faschistisch geäußert hat. Und das ist so fehlgelaufen, weil diese innerparteilichen juristischen Angelegenheiten auch schon Anhänger wie Höckes war, dass sie Lucke quasi aus der Partei geworfen hatten. So, das heißt, er ist jetzt mal per se nicht schuld daran an dem faschistischen Rechtsruck der AfD. Dann die nächste, der da war, war dann Frauke Petry, die wollte auch gegen Höcke vorgehen, ist auch gegangen worden. Und so weiter. So zieht sich das halt durch diese Partei durch. Aber ich kann natürlich verstehen, dass, dass, ich glaube, die haben ja da auch gesagt, als sie gegen Höcke, äh, gegen Lucke protestiert haben, dass es denen auch darum geht, dass er quasi diese ganze Sache trotzdem gestartet hat und damit auch ein Mitschuldiger ist. Ja, genau, weil der hat halt nach wie vor die AfD gegründet. Ähm, ich glaube, man kann ihm auf jeden Fall glauben, dass er sie nicht in die Richtung haben wollte. Er hat ja auch selbst gesagt, dass er aktuell, dass er nicht mehr die AfD wählt. Und dann kann man natürlich fragen, gut, hätte er sie nicht gegründet, ähm, hätte es wer anders, hätte es wahrscheinlich wer anders gemacht. Aber das ist ja sehr naiv wahrscheinlich zu denken, ähm, ja, trotzdem ist er erzkonservativ, also. Ja, ja, ist ja wahrscheinlich naiv zu denken, dass all das, die Problematik, die wir jetzt haben mit der AfD, dass die sich nicht organisiert hätte, wenn er nicht damals eine Anti-Euro-Partei gegründet hätte, ne? Dann hätten das spätestens dann andere gemacht. Ähm, deswegen, gerade ist ja das Thema Meinungsfreiheit und so, ähm, also ich glaube nicht, ist natürlich nicht im Ansatz irgendwie im Gefahr. Ja, aber dass das auf jeden Fall dazugehört und ich bin auch da so lange dabei, ähm, solange das halt friedlicher Protest dagegen ist, ne? Was da halt teilweise passiert ist, äh, kann man, finde ich, ja eigentlich nicht befürworten, wenn da irgendwie gewaltsam versucht wird, ähm, da zu verhindern, dass der an der Uni reden kann, ne? Aber, aber, aber jetzt mal ganz kurz noch zur Meinungsfreiheit, da fällt mir ganz kurz noch was ein, ähm, ich hatte letztens, ich meine, ich bin nicht mehr so auf der Facebook, ne? Aber ich, wenn ich dann da durchgehe, dann sehe ich dann als mal Leute so, also das sind, das sind die Eltern von früheren KlassenkameradenInnen, ne? Und dann sehe ich, wie diese Eltern, wo ich quasi früher auch im Haus ein und ausging, dann plötzlich irgendwelche menschenverachtende Scheiße posten. Und ich hab dann bei einem, den ich dann halt quasi auch von früher kenne, hab ich dann halt drunter geschrieben, was der Scheiß soll. Ich hab mich da irgendwie, ähm, kurz emotional angegriffen gefühlt und dachte so, was soll das? Warum musst du sowas posten? Und dann schrieb er so, ja, das ist halt, äh, was ist denn los? Warum, äh, knall, äh, warum kaufst du da so gegen mich? Was ist denn mit dieser Meinungsfreiheit? Und, äh, da hab ich mir auch gesagt, das, was, wo ist denn da jetzt die Meinungsfreiheit angegriffen? Er hat die Meinung frei äußern dürfen, dass er diese Ausländerscheiße findet und ich hab meine Meinung frei geäußert, dass ich ihn, dass ich ihn scheiße finde. Genau, weil Meinungsfreiheit bedeutet auch Meinungsfreiheit des anderen, das haben die... Ja, Meinungsfreiheit bedeutet aber auch politische Meinungsfreiheit, das heißt, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass, dass ich alles toll finden muss oder tolerieren muss, was du sagst. Meinungsfreiheit bedeutet, dass du alles sagen darfst, ohne politisch verfolgt zu werden. Und das haben anscheinend einige irgendwie vergessen oder nicht verstanden. Oder wollen es nicht verstehen, ne? Oder wollen es nicht verstehen, das heißt, immer wenn du was gegen die sagst, wenn du nicht deren Meinung bist, hast du, ja, wo ist denn mein Meinungsfreiheit? Entschuldigung, ist mir noch grad eingefallen, da hab ich mich letztens so tierisch drüber aufgeregt. Ja, und das Erschreckende ist, dass, ich meine, die AfD instrumentalisiert das so und dann setzt die FDP das Thema irgendwie auf die Tagesordnung im Bundestag, was auch kein Mensch versteht. Naja, pass auf, AfD ist jetzt, ich meine, wir reden da häufig drüber, ist auch wichtig, aber jetzt ist der 1.11., weißt du was am 30.11. in meiner Heimatstadt, von der ich ja auch gerade rede, am 30.11. hier in Braunschweig ist? Ich nehme an, irgendwie Ratswahlen oder so, Stadtrat, keine Ahnung, was ist da? Der AfD-Bundesparteitag findet in Braunschweig statt, am 30.11. beziehungsweise am 1. Adventswochenende, komplett in Braunschweig, gibt's große Gegendemonstrationen, bin ich auch im Mid-Orga-Team und so. Deswegen ist das Thema grad wieder sehr präsent. So, dann haben wir Thüringen, letztes Wochenende, hast du die Wahlergebnisse ja gesehen, ne? Von den unter 30-Jährigen hat die AfD die höchsten Zustimmungswerte. Ja, aber da haben wir doch, da hast du ja auch mit deiner Dokumentationsreise drüber geredet, dass das eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich ist, ne? Das hat ja Burak auch nochmal gesagt in meinem Interview, dass halt die Jungen direkt abgegriffen werden. Das ist ja klar. Ja, pass auf, und ich will einen kleinen Abschnitt aus einem Kommentar in der Zeit vorlesen, weil wir sind ja viel bei diesem Ja, man muss denen, es sind viel ProtestwählerInnen, ne? Und man muss denen zuhören und so, das war ja so der bisherige Grundtenor. Ja, das ist Quatsch. So, und David Hugendick, vielleicht auch schon mal, der ist bei Twitter auch sehr aktiv, hat vielleicht auch schon ein, zwei Mal was von gelesen, ist Zeit Online Autor und hat einen Kommentar geschrieben, direkt vor zwei Tagen, zwei Tage nach Thüringen, ich will einen Teil davon vorlesen, der heißt So, und dann fängt er an mit, anstatt den naheliegenden Gedanken in Betracht zu ziehen, dass, wer einen Rechtsextrem wählt, Höcke, möglicherweise selbst einer sein könnte, werden laufend außerpolitische Erklärungen herangezogen, die den Blick aufs Eigentliche verunklaren. Seit einiger Zeit hat sich im Umgang mit der AfD und ihrer Klientel die sozialtherapeutische Vorstellung eingeschliffen, man müsse einfach mehr zuhören, und der Fall erledige sich von selbst. Kaum eine Floskel ist in den vergangenen Jahren so hyperinflationär strapaziert worden, wie die vom Reden und die vom Zuhören. Sie suggeriert, der große Zuspruch der AfD sei vor allem das Produkt eines zuvor verfehlten Kommunikationsprozesses der anderen Parteien und nicht etwa der eines Geglückten der AfD selbst. Diese autorisiert Ressentiments, sie legitimiert einen Du-dars-Rassismus, den offenbar viele schon mit sich herumgetragen haben könnten. In der Vorstellung des heilenden, weil zuvor angeblich versagten Zuhörens steckt die Selbstbezichtigungsbereitschaft einer unseren liberalen Demokratie, die sich lieber selbst die Schuld an der Existenz von Rassisten, Menschenfeinden und deren Duldungsbereiten gibt, statt gegen diese rhetorisch entschieden vorzugehen. Als sei die Ausgrenzung von Antidemokraten so schlimm oder gar schlimmer, als es die Antidemokraten selbst sind. Und dann endet der Kommentar mit den letzten zwei Sätzen. Also, ja, übersetzt, jetzt oberflächlich übersetzt, so viel heißt wie, wir sollten denen nicht zuhören, sondern wir sollten die klar irgendwie aus der Gesellschaft ausschließen, mehr oder weniger, ne? Ja, oder halt auch was Gesundheit. Danke. Oder halt einfach auch mal was tun. Also, ich meine, ist klar, dass da Leute sind, die sich halt wirklich verarscht und abgehängt fühlen und die sind in Frust- und Wutsituationen und kommen aus dieser Spirale auch nicht mehr raus und die wählen halt dann AfD, ne? Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ja, die Frage ist, würde da jetzt, also, naja, man sagt ja immer, ja, es fährt kein Bus. Das nicht, das nicht. Ja, aber wenn es denen sozial besser ginge, dann wären die auch nicht so sauer und dann würden die vielleicht auch mehr denken können. Ist das so? Ja, also, ja, absolut. Also, die Leute, Menschen sind grundsätzlich ja nicht dumm, ne? Auch diese Leute sind nicht dumm. Die sind einfach nur arm. Und das ist alles. Ja, aber es gibt da ja leider auch viele Menschen, oder ja, es ist immer wieder deutlich, ne? Auch Urbanisierungscharakter oder Menschen mit hohem Bildungsabschluss wählen irgendwie eher Grün und FDP und so. Aber... Ja, würde ich nicht sagen. Also, die meisten Akademiker sitzen tatsächlich immer noch in der AfD. Ja, genau, die, die damit, aber nicht die Wählerschaft, sondern die, die, ähm, in die Jobs kommen. Aber, ähm, ich, in der letzten Folge auch mit Burak, der hatte auch, das war, glaube ich, ja, kommt fast am Ende, hatte er gesagt, die Lösung heißt Bildung. Sinngemäß. Ja, also, massiv in die Bildung investieren, das stimmt ja auch. Und in die Zivilgesellschaft, ja. Ja, das, das ist ja das, das, das große Problem, dass, das in, dass die, die komplette Finanzierung des Haushalts halt nicht dorthin fließt, wo es gebraucht wird. Es müsste mehr in Soziales und in Bildung investiert werden und nicht darin, die Wirtschaft immer weiter nur ins exponentielle Wachstum zu treiben. Ja, pass auf, aber ich finde, da birgt, das birgt mehr Gefahr. Nehmen wir an. Merkt man vielleicht, dass ich, dass ich kein Neoniberalist bin. Ja, nehmen wir an, in den, ähm, in den, ähm, Bundesländern. Friedman my ass. In den Bundesländern, äh, wo wir jetzt die Landtagswahlen hatten, ne, nehmen wir an, die, sehr klassisch Spruch, die Politik würde aufwachen und so, da würde jetzt investiert werden in die ländlichen Bereiche, es würde ÖPNV würde ausgebaut werden, Infrastruktur, es würden da wieder, es würde auf einmal, Politik würde es hinkriegen, dass da alles wieder läuft. So, dass es da auch wieder, wenn es wieder einen Bäcker gibt und so weiter. Es ist da Internetversorgung gibt und so weiter. Nehmen wir an, das würde jetzt alles kommen, weil jetzt die Politik aufgewacht wäre. Das große Problem wäre, dann sähen sich ja viele darin bestätigt, die AfD gewählt zu haben, weil die hat es dann, dann am Ende, ähm, sozusagen nicht, nicht aktiv in Regierungsrolle. Aber dadurch, dass, ähm, sie jetzt so Thema war und man das verhindern wollte, dass alle Leute AfD wählen, dafür gesorgt, dass die Politik aufwacht. Ja, aber was willst du machen? Alles so beschissen für die Leute lassen, was ist, nur damit man den nicht bestätigt? Ja, wir machen jetzt alles noch schlechter. Naja, wir machen alles noch schlechter. Weißt du, ich meine, dieses Frühjahr, Frühjahr war alles besser, heißt ja übersetzt auch nur, wir ziehen die Mauer wieder hoch. Ja, aber früher war es nie besser. Es war eine, es geht, selbst den ärmsten Menschen dieser Welt geht es statistisch gesehen, ging es dir noch nie so gut. Was jetzt subjektiv gesehen natürlich, äh, absolut nichts aussagt, weil subjektiv geht es den Leuten immer noch beschissen, aber so, so rein von, von, von der, von der Statistik her, finanziell und auch, äh, von Unterkünften, also die, die Menschenrechte sind auf dem Vormarsch. Ja, kurz für alle, äh, etwaigen Rezeptionisten, das war Ironie von mir gerade, ne? Also, ja, ja, ich hab das schon verstanden, ich hab das schon verstanden, ähm, aber was, das, was du eben, was du eben vorgelesen hast, hat mich auch so ein bisschen erinnert an die Interviews von Thilo Jung, wenn er gefragt hat, was ist besser, ist es besser nicht zu wählen oder AfD zu wählen, und dazu, dazu hat, hat niemand von den, von den Leuten, die er gefragt hat, hat da wirklich Stellung zu gezogen. Die haben immer versucht, irgendwie drumrum zu reden, und ich hab mir da auch Gedanken drüber gemacht, und das große, das große Ganze, also was ich quasi so als, als, als höchstes Gut empfinde, was wir haben, das sind die Menschenrechte. Die sind verankert mit unserem Grundgesetz, das heißt, wenn es überhaupt irgendwas gibt, was quasi für mich so, so, ich sag mal, religionsähnlich, äh, an Ausmaße nimmt, dann ist das für mich die Menschenrechte. Und alles, was wir in diesem Grundgesetz verankert haben, muss auch irgendwie durchgesetzt werden, beziehungsweise alles, was wir an Gesetze durchnehmen, muss an diesem Grundgesetz, mit diesem Grundgesetz vereinbar sein. Da stimmen wir ja alle überein. Ja. Jetzt haben wir eine Partei, die das quasi ändern will. Wir haben eine Partei, die das Wahlrecht ändern will, also eine Partei, die einen Autoritätsstaat haben möchte, ähm, an Erdogan angelegt, oder auch an Putin angelegt. Das ist eine Partei, die das möchte. So, das heißt, wenn wir jetzt nur die Wahl haben zwischen Nicht-Wählen und AfD-Wählen, sage ich, das ist besser, sehr subjektiv, aber sage ich, dann ist es besser, nicht zu wählen, als eine Partei zu wählen, die mir quasi meine Menschenrechte eindämmen möchte. Natürlich ist es, wenn noch andere Parteien dabei sind, besser, dann andere Parteien zu wählen, weil die Stimme, und wer, der du nicht wählst, die geht natürlich verloren. So, und dann ist es ja besser, quasi eine Partei, also eine Alternativpartei zur Alternative für Deutschland zu wählen, um gegen diese zu stehen. Aber es ist besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen, wenn das die einzigen zwei Möglichkeiten sind. Ja. Ich meine nur, du sprichst ja auch das Junge und Naiv-Interview mit Bodo Ramelow da an, ne? Ich glaube, es gab nämlich da irgendeine Vorgeschichte. Ich glaube, Bodo Ramelow auch, äh, das mit der anderen Linken, da bei den Wahlen letztens, ich weiß nicht, wie die heißt, die hat auch so ein richtig schlechtes Interview geführt. Und, äh, also nicht die, du, sondern sie, also was, was die da vor sich hingestammelt hat, niemand von denen hat wirklich irgendwie eine Meinung präsentiert. Das ist das, wenn ich immer sage, wo sind die Helmut Schmitz geblieben? So, da gibt's niemand mehr, der irgendwie für eine Persönlichkeit steht, äh, weder Mann noch Frau, irgendwie. Sie versuchen immer nur alles irgendwie politisch korrekt auszudrücken und so zu, so, und die, die heißen Themen wirklich nur mit der Kneifzange anzupassen, so kann ich doch keine Politik machen. So kriege ich doch keine Wähler. Das verstehe ich ja nicht. Ja, das ist auch auf jeden Fall eine interessante Analyse, weil das, was die Leute da an der AfD-Front schaffen, natürlich irgendwie eine klare Persönlichkeit zu haben, auch wenn die halt in die ganz falsche Richtung läuft, aber... Ja, die lügen halt, ne? Das ist ja auch das Ding, dass die, also die Leute wissen, auch die Leute, die die AfD wählen, wissen, dass die AfD keine Antworten hat. Aber darum geht's ja nicht. Es geht einfach nur, die AfD ist die fleischgewordene Bild-Zeitung. Es geht einfach nur um Empörung. Das ist alles. Wenn jetzt, wenn, wenn das Klima, äh, Thema positiv bei allen Gesellschaftsschichten wäre, also kein Aufregerthema wäre, dann wäre das der AfD scheißegal, hätten die da überhaupt nicht drüber berichtet oder was gesagt. Es geht nur um die Themen, die gerade in der Bild-Zeitung stehen, wo man sich aufregen kann. Das ist das, das ist das Sprachrohr der AfD. Ja, will ich mal so stehen lassen. Pass auf, ich lese mal kurz drei Sätze aus meinem Kampf vor. Also ich warte ganz, ganz kurz, ich will jetzt, ich will jetzt nur nochmal, um das klarzustellen, ich will jetzt nicht sagen, dass das Springer die, die Pressestelle der, der AfD ist, ne? Aber das war eine Metapher. Wollte ich nur mal kurz sagen, falls das jetzt jemand falsch vertreten kann. Weißt du, wer gestern auf der Halloween-Party der FAZ auch geladener Gast war? Björn Höcke. Nee, so schlimm nicht, aber Gauland war geladener Gast und war auch da, auf der Halloween-Party der FAZ. Ähm, pass auf, ich lese mal kurz. Ja, da hat sich, brauche sich ja nicht viel zu verkleiden, ne? Drei Sätze aus meinem Kampf vor. Ähm, okay. Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Man sollte seitens der staatlichen Exekutivorgane daher so human wie irgend möglich, aber auch so konsequent wie nötig vorgehen. Das könnte auch genauso von Höcke stammen, ne? Ja, es ist auch von Höcke. Es ist aus seinem Buch. Ja, äh, aber es hätte mich nicht gewundert, wenn du kurzzeitig, äh, äh, wirklich gedacht hättest, wäre einfach genau das mein Kampf. So heißt übersetzt so viel wie, äh, ja, äh, Deportationen, ne? Ja. Groß angelegtes Remigrationsprojekt. Ey, Leute, so, das, das ist halt, und deswegen finde ich den Artikel, den, wo ich, äh, eben teilweise sowas vorgelesen hab, so gut, weil wir immer davon reden, ja, es sind Protestfehler, ob du so gesagt hast, ja, die wollen nur zeigen und Empörung. Ey, Leute, nee, so, das ist so offenkundig, jetzt, weiß ich nicht, die AfD in... Nee, 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 ich hab nicht gesagt, dass die nur Empörung wollen, die benutzen die Empörung, um nach oben zu kommen, aber das ist eine faschistische Partei, zumindest mal der Flügel. Ja, nur, ähm, es gibt, es gibt keine gemäßigte AfD, so, um das jetzt vorwegzustellen, bevor ich falsch verstanden werde, aber es gibt natürlich, ähm, Landesverbände, die noch krasser rechtsradikal sind und manche, die weniger sind. So, ich weiß jetzt nicht, welches der AfD-Landesverband, der am wenigsten rechtsradikal ist, natürlich immer noch viel zu viel ist, aber sagen wir jetzt mal irgendwie, Hamburg, weiß ich nicht, ist eine Stadt, ist wahrscheinlich, oder hat man noch nicht so viel von gehört, wahrscheinlich nicht so dramatisch, wie ein Höcke in Thüringen. So, und du hast jetzt Landtagswahl in Thüringen und das ist wirklich, du darfst den per Gerichtsurteil Faschist nennen. Das ist wirklich, wahrscheinlich der, also, es ist einfach Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus pur. Ja, und als Antwort darauf sagt er, ja, können, definieren sie mal Faschismus. Ja, genau, das habe ich auch gesehen, aber die Frage ist, so, da kannst du halt nicht mehr, ich finde, du kannst nicht mehr sagen, ja, 25 Prozent haben die gewählt, ja, da gibt es natürlich Rechtsradikale drunter, aber es gibt auch welche, die wählen nur aus Frust und Protest und so. So, ähm, nee, das, finde ich, das funktioniert halt nicht mehr. So, wenn ich, wenn ich sage, ich bin von allen etablierten Parteien angekotzt und es fährt kein Bus und keine Ahnung, so, und ich traue denen nicht zu, dass sie das ändern. Die Meinung kann man ja nachvollziehen. So, dann wähle ich halt, und ich bin nicht bereit, selbst irgendwie in die Politik zu gehen, was ändern, dann wähle halt nicht, so. Von Nichtwählern halten wir beide halt an sich auch nichts, aber dann wähle halt nicht, so. So, und dann auf die Idee zu kommen, oder dass es dann Leute gibt, die dann sagen, ja, nee, dann wähle ich die AfD. So, und dann ist halt, also, das funktioniert nicht, zu sagen, ich wähle dann die AfD, obwohl da ein Rechtsextremer drin ist, was in dem Artikel ja auch so rüberkommt, sondern die Leute, die die AfD wählen, wählen den, weil da ein Rechtsextremer, also weil da Björn Höcke ist und weil die AfD so ist, wie sie ist. Deswegen ist eigentlich irgendwie die Erkenntnis, die man mal machen sollte, ist, wir haben einfach Rechtsradikale in diesem Land und es gibt jetzt eine Partei, die deren Meinung abbildet und man muss da entschieden gegen vorgehen und nicht die ganze Zeit versuchen, ja, wie können wir euch in die Gesellschaft integrieren und so weiter. Absolut, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Wir haben diese Klammer der Menschenrechte und in dieser Klammer darf jeder denken und fühlen und handeln, was er will. Aber was darüber hinaus geht, ist nach republikanischen und demokratischen Denken zu verfolgen. Mit allen möglichen, und ich spreche nicht von körperlicher Gewalt, ich spreche von allen Mitteln der demokratischen Gewalt, die wir haben, juristisch, von der Exekutivgewalt, etc. Was wir haben, müssen wir dagegen vorgehen und müssen gucken, dass das nicht so, bitte? AfD-Partei-Verbotsverfahren. Absolut, zumindest mal den Flügel. Zumindest der Flügel. Also, wie soll ich das sagen? Also, am liebsten hätte ich natürlich die AfD komplett weg oder dass die quasi, ich meine, es spricht ja nichts dagegen, eine Partei zu installieren rechts der CDU. Jetzt mal Franz-Josef Strauß Zitate hin und her. Aber da spricht ja grundsätzlich mal nichts dagegen. Solange diese Partei sich im Rahmen der Menschenrechte bzw. des Grundgesetzes aufhält, wenn das nicht der Fall ist, muss das Muster gegen vorgegangen werden. Und den Fall haben wir jetzt. Und wenn Gauland sagt, dass Höcke die Mitte der Partei ist, dann bedeutet das ja, dass da rechts von Höcke noch ganz böses Zeug auf uns wartet. Ich glaube aber, die Einschätzung von Gauland war Quatsch. Also, war auch ein Eigentor. Aber, ja, es ist schwierig so. Ich weiß nicht, also, AfD-Partei-Verbotsverfahren, wir sind beide zu wenig Verfassungsrichter, als dass wir einschätzen könnten, ob das Erfolgsaussichten hat. Und die Gefahr an sich, wenn es halt nicht funktioniert, ist, dass du denen immer mehr die Opferrolle gibst und dass sie sich dann sozusagen am Ende quasi als Gewinner darstellen, wenn das eben nicht erfolgreich ist, das Verbotsverfahren. Dann hast du das ständig in den Medien. Ich meine, du schaffst das sowieso nicht, die aus den Medien rauszuhalten, weil die sitzen im Bundestag und sonst auch in allen Parlamenten, in fast allen. Aber, ähm, wenn man die Erkenntnis hat, ja gut, das bringt nichts, mit denen zu reden, sondern wir müssen irgendwie klar und entschieden dagegen vorgehen, ist ja immer noch die Frage, wie. Weil du kannst ja dann trotzdem unter demokratischen Gesichtspunkten nicht einfach sagen, so, ja, wir haben hier jetzt so 600.000, 700.000 Rechtsradikale in unserem Land, oder von Wählerschaft, ja, vielleicht sogar mehr, die, ähm, was sollen wir mit denen machen? Also, die kannst ja nicht, so, wie Marco will klingen und das Känguru schon gesagt, Nazis raus, ja, aber wohin? So, wollen die anderen ja auch nicht haben. Also, was, ähm, deswegen finde ich, dieser einzige wirkliche Ansatz, der realpolitisch umsetzbar ist, ist das, was der Burak auch gesagt hatte, massiv in Bildung investieren und, ähm, ja, nicht aufgeben von den Generationen, die sozusagen rechtsradikal sind, aber bisher ist uns ja nichts eingefallen, wie wir, wie wir dagegen vorgehen können. Man muss, ähm, man muss, äh, dafür sorgen, dass in Vereinen, in Jugendzentren, in Schulen und so weiter, ähm, Zivilgesellschaft gestärkt wird und, ähm, ja, jugendpolitische Bildung stattfindet, damit da irgendwie keine Rassisten, neue Rassisten-Generationen heranwachsen. So, ich glaube, das ist das, man kann es auch in 10, 20, 30 Jahren ändern. Ich glaube, die nächsten Jahre müssen wir einfach, weiß ich nicht, also ich bin sehr, sehr skeptisch, ob wir, ob, wenn so ein Verbotsverfahren nicht funktioniert, ob wir jetzt irgendwie eine Lösung finden, als Gesamtgesellschaft zu vermeiden, dass bei der nächsten Bundestagswahl wieder mehr als 5% die AfD wählen. Ja, das ist eine traurige Erkenntnis, aber wahrscheinlich, aber das ist auch die, die ich aus solchen Artikeln dann rauslese. So, man muss einfach eingestehen, dass irgendwie, äh, halt es, äh, ganz schön, halt ein Teil von Vollidioten und Rassisten in diesem Land auch gibt und, dass man die eben nicht durchzuhören irgendwie, sondern dadurch macht man es nur noch schlimmer, sondern man muss einfach die, ja, sich davon trennen. Naja, so, darüber diskutieren ja auch, so, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Monolog, Jason macht gerade Foto, wahrscheinlich werde ich hier wieder, äh, schön in der Insta-Story unsere 13. Folge vermarkten, ähm, in der wir ja wahrscheinlich auch relativ am Ende sind. Äh, wir haben beide gar keinen Überblick, wie lange wir jetzt schon reden, weil zwischenzeitlich die Technik uns im Stich gelassen hat, beziehungsweise mich, und wir haben weiterlaufen gelassen, da wird ein bisschen Schneidearbeit zu tun sein, deswegen weiß ich gar nicht, wie weit wir sind. Aber, wir wollen ja, äh, unsere Folgen auch kürzer halten, damit das auch das Hören, äh, machbar ist. Ja, ich, ich, ich hab trotzdem noch was, warte mal kurz. Oh, du hast noch was. Jetzt hab ich so eine gute Abmoderation gemacht, ne? Oder wie wir, wie wir Medienprofis sagen, so eine gute Abmod. Also zum Ersten möchte ich kurz... Ich hab euch schon die Anmod gemacht. Ja. Deshalb, du, du reißt dir das hier immer unter den Nagel. Nächste Folge wieder, nee, letztes Mal hast du hier anderthalb Minuten irgendein Dings gewappt. Nein, das war großartig, aber, ähm, wir müssen nächste Folge mal wieder ein Spiel machen. Na, gerappt hab ich nicht, aber ich hab was vorgetragen. Ich hab noch ganz kurz, ich möchte mich noch kurz was empfehlen, ne Podcast-Empfehlung. Weißt du? Und gerade wen das, das Thema Björn Höcke noch ein bisschen mehr interessiert, vielleicht ein bisschen mehr drüber erfahren möchte, was das auch für ein Mensch ist, kann ich nur empfehlen von jung und naiv die Folge mit Andreas Kemper über Landolf Ladig, alias Björn Höcke. Das ist die Folge 442. Ähm, darum geht es. Thilo! Also, Björn Höcke hat als Landolf Ladig zeitweise in der NPD-Zeitung, ähm, Artikel geschrieben und dieser Andreas Kemper hat das als erstes damals aufgedeckt. Und auch der Verfassungsschutz hat das irgendwann bestätigt und es ist klar, dass er das ist und es ist sehr, sehr interessant, das mal anzuhören, was der darüber sagt, weil der forscht seit, seit es die AfD gibt tatsächlich, also seit 2013, über die AfD und auch über Björn Höcke tatsächlich und es ist sehr, sehr interessant, was er, was dieser Andreas Kemper darüber zu berichten hat. Also, wer darüber mehr erfahren möchte, dem kann ich diese Folge nur wirklich ans Herz legen. Und, ähm, dann möchte ich, ich möchte nicht wirklich krass drauf eingehen, weil das jetzt auch schon ein bisschen her ist, aber ich möchte dann doch das noch einmal vortragen, weil ich mir so viel Arbeit damit gemacht habe. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Ah. Das Gedicht heißt Flair und ich, Hashtag Flair heißt es und, äh, ich lese es mal kurz vor. Weswegen fährst du hinter mir her und schikanierst mich? Weswegen? Weswegen? Ich bin ruhig, ich bin ruhig, ich bin ruhig, hab ich nicht, hab ich nicht bei mir, weswegen denn? Fessle mich, fessle mich. Du wirst so Ärger bekommen, du Fanboy. Du Fanboy. Fährst hinterher, weil du mich erkennst. Fährst mich hinterher, weil du mich erkennst. Du Fanboy, du. Das ist deine Arbeit, Leute schikanieren. Du Fanboy. Du machst deinen Job. Hast du mich erkannt, weil ich Flair bin? Fährst mir hinterher. Du Fanboy. Neidischer Fanboy. Ja, ich habe keine Fahrerlaubnis, du Schwanz. Woher ist die Vermutung, dass ich keine Fahrerlaubnis habe? Du Fanboy. Du schikanierst die Leute, weil du neidisch bist. Wärst gern Rapper geworden. Hä? Du neidischer Schwanz. Du neidischer Schwanz. Ja, alles drauf. Du neidischer Schwanz. Du kannst 100 Kollegen holen, du Schwanz. 100.000 Kollegen, keine Fahrerlaubnis. Woher denn die Vermutung, dass ich keine Fahrerlaubnis habe? Woher die Vermutung, du Stalker, du? Woher die Vermutung? Hä? Wie kommst du drauf? Weil mein Auto weiß ist? Was ist das, ein YouTube-Kommentar oder was? Ne, ich erkläre das gleich. Du Stalker, du. Du Fanboy. Woher wärst du und vermutest, dass ich keinen Führerschein habe? Du Fanboy. Du Lappen, du, Alter. Du Lappen, du. Du Lappen, du. Du Stalker, du. Du alter Fanboy, Alter. Das war mein Gedicht über Flair. Jetzt für dich noch kurz zur Erläuterung. Vor ein paar Wochen ist Flair, ist ein Rapper, kennst du bestimmt, ne? Ist von der Polizei angehalten worden. Und mit der Vermutung halt, dass er keinen Führerschein hat. Und da hat er sich tierisch drüber aufgeregt. Seine Freundin hat das gefilmt. Und das, was ich da gerade vorgelesen habe, ist das, was er gesagt hatte zu dem Polizisten. Zu den Polizisten? Ja, wo kann man das sehen? Auf YouTube. So, die Polizisten lassen ihn das zwei Minuten sagen? Ja, ey, das habe ich mir auch gedacht. Der beleidigt da massiv Polizisten. Und dieser Polizist, der da war, der hat überhaupt keine Autorität ihm gegenüber vermitteln können. Okay, das gucke ich mir gleich direkt an. Er hat sich absolut von dem hochnehmen lassen. Später kam dann eine Polizistin dazu. Und dann, ja, die hat dann tatsächlich mal geschafft, ihm irgendwie so ein bisschen Autorität zuzuweisen. Aber selbst die hat er dann beleidigt mit, ich glaube, du Zwergen oder sonst irgendwas. Du Fangirl. Ey, du Fangirl. Flair Polizei. Okay. Ja, das gucke ich mir gleich an. Alle HörerInnen gucken sich das bestimmt auch gleich an, nachdem du es vorgetragen hast. So, das war es für heute von Folge 13, aufgezeichnet an einem Freitag. Immerhin nicht der 13. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Ja, zum Abschluss, ich grüße meine Oma. Hallo Omi von Felix. Hallo Omi. Ich möchte auch noch jemanden grüßen. Sagst du Omi? Ich sage immer Oma zu Oma. Ich bin nie so Opie, Omi. Ich sage auch nie Mami oder Papi. Habe ich früher auch nie gesagt. Nö, sage ich auch nicht. Ja, warum machst du es dann gerade? Ja, weil es süß klingt. Hast du meine Oma Omi genannt? Boah, jetzt ist der Spaß vorbei. Also, das war die 13. Und letzte. Folge vom bunten Vlogcast. Und Jason hat sich gerade den Spaß mit mir verstorben. Ich habe den Spaß verstorben. Das ist so ein guter Sendungstitel. Den Spaß verstorben. Hey. So wird aus dem Zungen her. Den Spaß verstorben. Wir haben heute gar nichts gespielt. Wir müssen beim nächsten Mal nochmal spielen. Ein bisschen auflockern. Heute war nur wirklich. Heute haben wir auch den Spaß verstorben. Ernste Politik-Folge war heute. Ja, wir haben heute den Spaß verstorben. Deswegen. Das war aber tatsächlich. Das war so viel, was mir da auf den Lippen gelegen hat. Ich finde das so schlimm mit diesem Höcke. Aber, naja. Na gut. Und das war's von uns. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.